Der größte Fehler beim Anschreiben. Du bist Ingenieur und bist aktuell in der Bewerbungsphase und schreibst regelmäßig Anschreiben? Dann passe jetzt ganz genau auf, dass nicht auch du diesen Fehler machst. Der Fehler ist folgender. In meiner Zusammenarbeit mit Ingenieuren bemerke ich immer wieder, dass Ingenieure in ihren Anschreiben sehr genau davon berichten, welche Erfahrungen sie bisher alle gemacht haben. Und wenn du dir das jetzt einmal überlegst, dann ist es nichts anderes als eine Nacherzählung deines Lebenslaufes. Und das ist doch ziemlich langweilig für den Personaler, wenn er zweimal deinen Lebenslauf erhält, nur in einem anderen Format. Was du dagegen tun solltest? Bringe doch für die vorliegende Stelle und das dahinterstehende Unternehmen deine Begeisterung herüber, warum du hier unbedingt arbeiten möchtest. Das schafft positive Energie und das Verlangen des Personalers, dich einladen zu wollen. Wenn du jetzt herausfinden möchtest, wie du genau diese Begeisterung im Anschreiben herüberbringen kannst, ohne ein Anschreiben zu schreiben, dann bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Darauf bewerben kannst du dich unter wolfganggruega.com in meinem Bewerbungsformular. Dann solltest du dich unterêschen genäßig demonstrativ umull named Bewerbungsformular. Untertitelung des ZDF, 2020